Arbeit geben zu dürfen. Kurz zu mir, wer bin ich? Mein Name ist Susanne Bolte und ich habe an der Universität Salzburg Psychologie studiert und mich im Master auf die Umweltpsychologie spezialisiert und auch schon in dem Bereich gearbeitet. Heute bin ich Doktorandin, das heißt ich promoviere im Bereich der Umwelt- und Sozialpsychologie mit dem Forschungsschwerpunkt auf die Wahrnehmung des Klimawandels und Klimawandelskeptizismus. Was man darunter genau versteht, werde ich dann im Laufe des Vortrags genauer darauf eingehen. Ich arbeite an der Universität Salzburg im Fachbereich der Psychologie beim Team der Umweltpsychologie unter Isabella Ull-Hedicke und bin Mitglied bei Blue Screen Campus. Das ist die Nachhaltigkeitsinitiative der Universität Salzburg und bin hier zuständig für den Bereich der Bewusstseinsbildung. Ich habe euch jetzt mal meine Kontaktdaten auch mit draufgegeben. Also falls irgendwie das Input von eurer Seite gibt oder Fragen, die heute Abend nicht beantwortet werden können, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Als erstes wollte ich mal so eine kurze Definition, einen kurzen Überblick über die Umweltpsychologie geben, was genau überhaupt die Umweltpsychologie ist. Und zwar ist die Umweltpsychologie noch ein relativ junges und neues Feld in der Psychologie. Und die erste Phase der Umweltpsychologie fangen zu den 40er, 50er Jahren statt, in der sich die Studien vor allem mit dem Einfluss der physischen Umwelt auf den Menschen beschäftigt haben. Das heißt, die Studien zu der Zeit aus der Umweltpsychologie haben geschaut, wie sich die Umwelt auf ein Individuum auswirkt. Also Gegenstand von Studien, man da beispielsweise, wie die Beschaffenheit von einem Arbeitsplatz sich auf die Arbeitsperformance von Arbeitnehmern auswirken kann. Das hat sich dann ein bisschen verändert, weil während den späten 60er Jahren erhielten die Menschen ein immer stärkeres Bewusstsein für Umweltprobleme. Und so entwickelte sich die Architectural Psychology hin zu einer Green Psychology. Und die Umweltpsychologie widmete sich immer mehr den Fragen, welchen Einfluss der Mensch auf die Umwelt hat und wie man diesen negativen Einfluss der menschlichen Aktivität auf die natürliche Umwelt erklären und gegebenenfalls auch verändern kann, ohne dass das menschliche Wohlbefinden und die Gesundheit darunter leiden. Und zu Beginn des 21. Jahrhunderts bekamen Themen wie Luftverschmutzung, Abforstung und eben auch der Klimawandel immer mehr Aufmerksamkeit und rückten an das Bewusstsein der Menschen und wurden dadurch auch Forschungsgegenstand der Umweltpsychologie. Man stellte eben fest, dass das menschliche Verhalten einen Einfluss auf die Umwelt hat, aber eben auch die Umwelt einen Einfluss auf den Menschen. Und der Fokus der Umweltpsychologie heute liegt vor allem auf der Nachhaltigkeit, also zu schauen, wie man Menschen zu nachhaltigen Verhaltensweisen motivieren kann und diese Verhaltensweisen fördern kann. Das heißt, heutzutage versteht man unter der Umweltpsychologie eine Disziplin, welche die Wechselwirkung zwischen Individuen und ihrer gebauten, also die gebaute Umwelt beschreibt in dem Zusammenhang sowas wie Straße, Häuser, alles was erschaffen wurde und der natürlichen Umwelt untersucht, das heißt die Natur so wie sie gegeben ist. Die Umweltpsychologie untersucht den Einfluss der Umwelt auf die Erfahrungen, das Verhalten und das Wohlbefinden des Menschen sowie den Einfluss des Individuums auf die Umwelt. Also wie gesagt, im Fokus stehen Faktoren, wie man umweltfreundliche Verhaltensweisen beeinflussen kann und wie man eben das fördern kann. Das heißt, die Umweltpsychologie beschäftigt sich vor allem mit Umweltproblemen und Umweltrisiken. Und Umweltrisiken unterscheiden sich in drei Punkten ganz maßgeblich von anderen Risiken, mit denen wir im Leben konfrontiert sind. Und diese drei großen Aspekte, wie sich Umweltrisiken unterscheiden, möchte ich euch kurz erläutern. Zum einen ist es so, dass Umweltrisiken eine hohe Komplexität und Ungewissheit aufzeigen, da die verschiedenen Faktoren in Wechselwirkung miteinander stehen, multiple kausale Zusammenhänge haben und man nicht einfach von A auf B schließen kann. Bei Umweltrisiken kann es zum Beispiel sein, dass es Risiken für die Umwelt gibt, also beispielsweise die Versauerung der Weltmeere durch den menschenbedingten Anstieg des CO2 in der Atmosphäre, aber auch Risiken von der Umwelt für uns Menschen. Also beispielsweise durch die Überschwemmungen oder Flutungen, wie wir sie auch im Sommer dieses Jahres hatten, wodurch der menschliche Lebensraum bedroht oder eingeschränkt oder zerstört wird. Das ist ein Unterschied. Das andere ist, dass bei Umweltrisiken oder die Umweltprobleme entstehen oft durch aggregierte, das heißt aufsummierte Handlungen vieler Menschen und die Milderung dieser Probleme kann auch nur durch aggregierte Handlungen vieler Menschen wieder entstehen. Das heißt, die Umweltprobleme, so wie wir sie verstehen, wie beispielsweise der Klimawandel, ist nicht nur durch eine einzelne Handlung oder durch einen Menschen verursacht, sondern durch die Summe vieler verschiedener Handlungen von vielen verschiedenen Menschen. Und auch die Milderung dieses Problems kann nicht durch eine Person oder durch eine Handlung erreicht werden, sondern auch wieder durch die Summe vieler verschiedener Handlungen, vieler verschiedener Menschen. Der dritte Punkt, weshalb Umweltrisiken sich von anderen Risiken unterscheiden, ist oftmals, dass die Konsequenzen von Umweltrisiken, also die Gefahren, die davon ausgehen, oft zeitlich verzögert und geografisch entfernt eintreten. So ist es so, dass Menschen, die zu Umweltrisiken beitragen, wie zum Beispiel Industrieländer, nicht zwangsläufig auch die Personengruppe ist, die als erstes oder am stärksten davon betroffen sind. Das sind, wie wir wissen, vor allem die Entwicklungsländer oder eben künftige Generationen. Das heißt, bei Umweltrisiken geht auch immer so eine ethische, soziale Frage mit einher. Das ist so die Theorie dahinter und die wurde auch in der Praxis anhand von mehrerer Studien belegt, wenn man sich die Risikowahrnehmung der Menschen weltweit in Bezug auf den Klimawandel und Umweltrisiken anschaut. Es wurden beispielsweise Personen in den USA gefragt, also das jetzt nur ein kleiner Ausschnitt von dieser Studie, wo Personen in den USA befragt wurden, wie sie die Konsequenzen des Klimawandels einschätzen hinsichtlich, dass die Folgen global eher bemerkbar sind. Das wäre der graue Balken oder lokal, das ist der schwarze Balken. Und ihr seht bei allen drei dargestellten Aspekten, also Wasserknappheit, Anstieg von Krankheiten oder auch Abnahme des Lebensstandards, haben die Personen diese negativen Auswirkungen eher global verordnet und weniger lokal. Das heißt, diese Gefahren, die davon ausgehen, hat man eher geografisch von sich weggeschoben und gesagt, global ist es viel schlimmer als für uns regional. Ein ähnliches Muster ergab sich in Costa Rica. Auch hier sieht man, die Frage war sozusagen Anteil der Personen, die sich Sorgen machen, um. Und hier sind die beiden höchsten Balken bei der Zukunft über Costa Rica und den Industrieländern. Das heißt, auch hier wird wieder das Risiko vor allem zeitlich entfernt und räumlich entfernt weggeschoben. Und man macht sich weniger Sorgen um sozusagen regional, Gegenwart, Costa Rica oder sogar gar die eigene Familie. Spannende ist, dass sogar auch in einem Entwicklungsland in Afrika sich ein ähnliches Bild zeigte. Und zwar wurden da auch die Probanden befragt oder halt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Studie, inwieweit sie vermuten, dass die Folgen des Klimawandels für sie selber stark sind, also dass sie stark davon betroffen sein werden. Das ist der unterste Balken und sozusagen, dass sie stark betroffen sein werden, ist immer das Schwarze. Und da seht ihr, dass unten in Afrika die Personen, die in Afrika befragt wurden, angegeben haben, dass sie selber weniger stark unter den Folgen des Klimawandels leiden werden, als Personen, die auf anderen Kontinenten der Welt leben. Das heißt, über alle drei Studien hinweg sieht man ganz deutlich, dass Menschen die Risiken und die Gefahren des Klimawandels eher immer räumlich und zeitlich weg von sich schieben. Das kann man unter anderem durch den sogenannten Optimismus-Bias erklären. Das ist eine Überzeugung, die wir alle innehaben, dass positive Ereignisse mit einer höheren Wahrscheinlichkeit und negative Ereignisse mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit uns selbst als anderen widerfahren. Aber wie kann man nun Bewusstsein für den Klimawandel schaffen und somit eben auch für umweltfreundliche Verhaltensweisen? Viele denken, okay, wie schaffe ich Bewusstsein, indem ich einfach viele Informationen an die Menschen gebe. Allerdings hat eine Studie von meiner Kollegin Isabella Ulhiedeke gezeigt, dass es nicht so einfach ist, wie man denkt. Man würde ja jetzt erwarten, dass wenn man Menschen bedrohliche Informationen über den Klimawandel gibt, diese infolgedessen mit direkten Verhaltensweisen reagieren, weil sie nun Wissen über diese Bedrohung haben und man würde erwarten, dass sie infolgedessen mit umweltfreundlichen Verhaltensweisen reagieren. Allerdings fand man das nicht in der Studie. Die Personen zeigten weniger umweltfreundliches Verhalten nach der Gabe von Informationen über den Klimawandel. Vielmehr zeigten die Personen symbolische Verhaltensweisen, wie beispielsweise ethnozentrismus. Ethnozentrismus beschreibt es, dass man die eigene In-Group, sozusagen die eigene Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, aufwertet und die Out-Group, eine andere Gruppe, mit der man sich nicht identifiziert abwertet. Das heißt, es ist nicht so, wie man vielleicht intuitiv herausdenken würde, dass Wissen allein automatisch zu Handlungen führt, sondern es können dabei auch unerwünschte Nebeneffekte auftreten, wie eben beispielsweise diese symbolische Verhaltensweisen. Warum ist das so? Wie reagieren Menschen auf diese Klimawandel-Informationen? Da stellt man sich oft bewusst oder unbewusst die Frage, wenn man mit solchen Informationen konfrontiert ist, sind diese Informationen schlimm und sind sie für mich persönlich relevant? Beispielsweise waren ja letztes Jahr die großen Waldbrände in Australien, über die auch bei uns berichtet wurde. Und da könnten sich jetzt Menschen auch die Frage stellen, ist das schlimm? Vielleicht sagen manche sogar, ja, ja, das ist ganz schlimm. Aber vielleicht gibt es Menschen, die sagen, nee, das ist für mich eigentlich persönlich nicht so relevant, weil es auf einem anderen Kontinent ist, betrifft mich vielleicht nicht. Das heißt, wenn Menschen ein Ereignis oder Informationen als nicht schlimm und nicht persönlich relevant wahrnehmen, dann zeigen sie auch keine Reaktion auf diese Information oder auf dieses Ereignis. Wohingegen, wenn sie ein Ereignis als schlimm und vielleicht sogar auch persönlich relevant wahrnehmen, wie beispielsweise die Fluten, die wir dieses Jahr im Sommer in Deutschland hatten und von denen ganz viele Menschen auch persönlich betroffen waren, darauf reagieren Menschen dann oft mit Furcht, wenn etwas schlimm und persönlich relevant ist. Wie gehen Menschen nun mit dieser Furcht um? Das ist eine Frage der Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit bedeutet so viel, inwieweit ein Mensch glaubt, dass er selber mit seinen Handlungen etwas bewirken kann, dass er selbst wirksam ist, einem Problem oder einer Herausforderung gegenüberzutreten, beispielsweise Teil einer Lösung zu sein. Wenn jemand eine hohe Selbstwirksamkeit verspürt, also sagt, ja, ich kann etwas tun, ich kann Teil von etwas sein, ich kann etwas dazu beitragen, wird er versuchen, diese Gefahr, wodurch er diese Furcht spürt, zu reduzieren, indem er beispielsweise umweltfreundliche Verhaltensweisen zeigt. Wenn die Selbstwirksamkeit aber niedrig ist und man das Gefühl hat, man könne eh nichts tun, alles was man tut ist sozusagen nur ein Tropfen auf den heißen Stein, man kann nichts bewirken, verspürt aber eben trotzdem diese Furcht, weil das Ereignis schlimm und persönlich relevant ist, wird man versuchen, die Furcht zu reduzieren, weil es einfach ein unangenehmer Gefühlszustand ist, den man nicht aushalten möchte. Wie kann man also diese Furcht reduzieren? Indem man versucht, die Bedrohungsquelle, die eben durch die Informationen über solche Ereignisse ausgeht, versucht zu leugnen oder dem Ganzen skeptisch gegenüber zu stehen oder das zu relativieren. Stichwort Klimawandel-Skeptizismus, auf den wir nachher dann noch genauer zu sprechen kommen. Das heißt, welche Wege habe ich nun, Wissen über den Klimawandel an Menschen zu kommunizieren? Zum einen kann ich natürlich Informationen über die Umweltprobleme geben, also die Dringlichkeit des Klimawandels und der Umweltprobleme fokussieren und thematisieren. Auf der anderen Seite könnte ich aber auch Informationen über Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, also aufzuzeigen, welche umweltfreundliche Handlungsalternativen es gibt. Die dahinterliegende Annahme war das Informationsdefizitmodell, das gesagt hat, dass fehlendes Wissen zu fehlender Handlung führt und um diese Gap zu schließen, muss man den Menschen nur möglichst viel Wissen geben, damit sie eben dann auch handeln. In der Praxis, als auch in den Studien, wie beispielsweise von meiner Kollegin Isabella Hedecke, hat sich aber gezeigt, dass Wissen alleine nicht ausreicht, um Menschen in den Zustand von Handlungen zu bringen. Also das heißt, nur weil man Menschen über eine bestimmte Thematik informiert oder ihnen sogar Handlungsmöglichkeiten aufzeigt, heißt es nicht, dass dieses Wissen auch automatisch in Handlungen umgesetzt werden, sondern es bedarf vielmehr konkreten Interventionen, also Strategien und Maßnahmen, um Menschen in den Zustand einer Handlung zu bringen, damit sie auch wirklich tätig werden. Wie sollte man bei Interventionen nun vorgehen? Wir arbeiten ganz eng mit der Praxis zusammen und erleben da ganz oft, dass Personen an uns treten und sagen, ja, was müssen wir jetzt eigentlich tun, damit Menschen sich umweltfreundlicher verhalten? Wie ihr schon merkt, ist das eine sehr schwammige und große, komplexe Frage, die man natürlich weder mit einem Satz noch mit einer Intervention beantworten kann. Vielmehr sollte man das versuchen, so konkret wie möglich runterzubrechen, indem man sich überlegt, durch zum Beispiel interdisziplinäre Recherche, okay, welche Verhaltensweisen, welche umweltfreundlichen Verhaltensweisen haben einen großen Einfluss auf die Umwelt, auf das Klima etc. und welcher Verhaltensweise möchte ich mich da konkret widmen? Also es macht mehr Sinn, so konkret wie möglich zu werden. Als Beispiel, indem man jetzt nicht sagt, okay, ich möchte, dass alle Menschen ab jetzt sich umweltfreundlich verhalten, sondern indem man sagt, okay, ich möchte jetzt halt als Ziel haben, dass die Menschen in Salzburg mehr regionale und lokale Produkte kaufen. Im zweiten Schritt sollte man sich ganz genau die Theorie anschauen und was dazu bereits gemacht wurde. Und dieser Schritt wird eben oft in der Praxis übersprungen, weshalb es viele Interventionen oder Umweltstrategien gibt, die überhaupt nicht wirken oder zum Teil unerwünschte Nebenwirkungen mit sich bringen. Und es ist aber ganz wichtig, sich anzuschauen, was sagt die Theorie, was kann man daraus ableiten, was wurde vielleicht in der Vergangenheit schon gemacht und hat sich bewährt oder was wurde vielleicht durchgeführt und hat nicht funktioniert und sich dann anzuschauen, warum hat es nicht funktioniert, was sollte man ändern. Und wichtig ist auch, dass man bei Interventionen danach eine Evaluation durchführt, das heißt schaut, wie sich das Verhalten von vor der Intervention zu nach der Intervention verändert hat, um dann Rückschlüsse darauf zu ziehen, ob die Intervention überhaupt zu dem gewünschten Verhalten geführt hat. Okay, das heißt, wir haben jetzt eine schöne Intervention geplant, haben alle drei Schritte gefolgt, wie geht man nun vor? Ich möchte euch jetzt ein paar Beispiele nennen, wie man Interventionen durchführen kann, indem man soziale Normen mit einbezieht. Soziale Normen sind Regeln und Standards, die von Mitgliedern einer Gruppe verstanden werden und die menschliches Verhalten ohne die Kraft von Gesetzen lenken und oder einschränken. Dabei unterscheidet man zum einen zwischen der injunktiven Norm, das sind sozusagen Regeln und Standards, die von den meisten Personen der Gesellschaft gewünscht oder unerwünscht sind, das heißt Verhaltensweisen, die gebilligt oder nicht gebilligt werden von den meisten Menschen. Wie beispielsweise jetzt zu Corona-Zeiten, dass man mindestens 1,5 Meter Abstand hält, die Maske richtig über Nase und Mund trägt und so weiter. Es gibt aber auch die deskriptive Norm, die wirkt oft stärker als die injunktive Norm und zwar beschreibt die deskriptive Norm das Verhalten, was von den meisten Menschen gezeigt wird. Das heißt, dass die meisten Menschen unabhängig davon, ob es erwünscht oder unerwünscht ist, zeigen. Zum Beispiel, wenn wir irgendwo hinkommen und sich eine Schlange von Menschen bildet, zum Beispiel bei einem Schalter, wird man sich ja hinten bei der Schlange anstellen, nicht weil da irgendwo ein Schild steht, auf dem steht, bitte stellen Sie sich hinten in der Schlange an, sondern weil die meisten oder alle Menschen schön hintereinander in der Schlange stehen. Das heißt, die deskriptive Norm zeigt, die meisten Menschen stellen mich in eine Schlange, also stelle auch ich mich hinten an. Das war jetzt eher ein positives Beispiel. Es kann aber auch leider zu negativen Beispielen kommen, wie beim Fahrradfahren, einen Helm zu tragen, wäre ja eigentlich nach der injunktiven Norm eine Verhaltensweise, die wünschenswert wäre. In unserer Gesellschaft sieht man es als wichtig an, einen Fahrradhelm zu tragen beim Radeln. Die deskriptive Norm zeigt allerdings, dass die meisten Menschen heutzutage keinen Helm beim Fahrradfahren tragen und dadurch, dass die meisten anderen Menschen es nicht machen, kommt es oft dazu, dass man es selber dann auch nicht macht, weil alle anderen machen es ja auch nicht. Soviel zu den sozialen Normen, nur ein kurzer Überblick. Wie kann man die jetzt nur nutzen, um Interventionen durchzuführen? Man kann versuchen, eine Norm zu aktivieren und dadurch eine Verhaltensänderung zu erreichen. Normen sind meistens kontextspezifisch. Das bedeutet, dass der Glauben, ob eine bestimmte Verhaltensweise von anderen Personen ausgeführt wird oder eben nicht beziehungsweise gewünscht oder unerwünscht ist, hängt oft vom spezifischen Setting ab. So denken manche Menschen beispielsweise, dass die meisten Personen daheim ihr Handtuch mehrmals benutzen, wohingegen es im Hotel völlig normal sei, sein Handtuch nach einmaliger Nutzung auf den Boden zu legen, damit es direkt wieder ausgetauscht und gewaschen wird. Wenn man die Handtuchnutzung nun aber versucht, salient zu machen und so die gewünschte Norm aktiviert, kann das einen Einfluss auf das Verhalten der Menschen machen. In einer Studie von Schulz und Kollegen hat man eben diese Schilder, die man außen an die Hoteltür hängen kann, um eben zu sagen, das Zimmer soll gereinigt werden oder eben nicht. Dieses Schild mit dem Normsatz versehen, dass 75 Prozent der Hotelgäste, also der Großteil, die meisten Hotelgäste, ihre Handtücher mehrmals verwenden. Und es zeigte sich, dass in Folge dessen, wenn eben dieses Schild mit dem Normsatz versehen war, die deutlich mehr Personen ihre Handtücher mehrmals benutzten, als wenn dieses Schild diesen Normsatz nicht hatte. Das heißt, einfach nur das Betonen der gewünschten Norm, dass man eben das Handtuch mehrmals benutzt und eben durch die Betonung der deskriptiven Norm, die anderen machen das doch auch, kann es zu einer Aktivierung dieser Norm kommen und eben zu einer Verhaltensänderung, eben dass viele andere Menschen auch ihre Handtücher infolgedessen mehrmals nutzten im Hotel. Es kann auch zu einer Übertragung von verschiedenen Normen kommen, dass es eben durch eine Norm, eine andere Norm mit aktiviert wird. Und zwar wurde da an den Niederlanden eine Studie durchgeführt, wo man Zettel, also so Werbeflyer, an den Lenkern von Fahrrädern angebracht hat. Und man hat dann untersucht oder geschaut, wie viele von diesen Zetteln von den Leuten einfach achtlos auf den Boden geworfen wurden, also einfach weggeschmissen oder wie viele Zettel in den Mülleimer richtig entsorgt wurden oder eingesteckt wurden. Und auf dem rechten Bild seht ihr, dass es sozusagen schon zu einer Normüberschreitung kam, da man im Hintergrund auf dem Schild sieht, dass eigentlich Graffiti-Sprühen verboten war oder verboten ist, aber man sieht, dass die Wand trotzdem verschmiert war. Das heißt, hier sieht man, es kam schon zu einer Normüberschreitung und hier schmissen 69 Prozent der Fahrradbesitzer und Besitzerinnen diesen Flyer, diesen Werbezettel einfach auf dem Boden. Das heißt, sie litterten, verschmutzten die Umwelt. Wohingegen auf dem linken Bild seht ihr die Bedingung, wo die Norm eingehalten wurde. Und zwar ist da auch das Schild des Graffiti-Verbots und im Hintergrund sieht man aber, dass bei der Wand es zu keinen Verschmutzungen kam. Das heißt, hier wird suggeriert, die Norm wird eingehalten. Es ist eine saubere Umgebung und hier schmissen nur mehr 33 Prozent der Fahrradbesitzer und Besitzerinnen diesen Flyer auf dem Boden. Die anderen nahmen ihn mit oder entsorgten ihn im Mülleimer. Das heißt, ihr seht auch eine Norm, die nicht im direkten Zusammenhang steht. Also diese Graffitis hatten jetzt nicht direkt was mit den Zetteln zu tun, kann trotzdem einen Einfluss darauf haben, ob man sich an eine Norm hält oder nicht. Und diese Übertragung der Norm auf eine andere ist etwas, was oft unterbewusst stattfindet. Also wenn man die Personen gefragt hat, warum sie den Zettel weggeschmissen haben, haben die Personen in der rechten Bedingung nicht gesagt, ja, sie haben es auf den Boden geworfen, weil da Graffitis an der Wand waren. Aber es hat sich eben über verschiedene Studien hinweg gezeigt, dass eben in einer dreckigen oder eben nicht sauberen Umgebung deutlich mehr Müll weggeschmissen wird, einfach in die Umwelt. Wohingegen in einer sauberen Umgebung das nicht so oft stattfindet. Man muss allerdings aufpassen, wie man soziale Normen kommuniziert und was man betont. Denn oft wird eine bestimmte, unerwünschte Verhaltensweise genannt, um Bewusstsein für die daraus resultierende Problematik zu schaffen, was wiederum leider zu unerwünschten und eben genau den Effekten führt, die man eigentlich vermeiden wollen würde. Und zwar, einem Beispiel erklärt, gab es einmal in einem Nationalpark, der bekannt war für sein versteinertes Holz, die Problematik, dass ganz viele Menschen dieses versteinerte Holz mit nach Hause genommen haben. Und das hat irgendwann so überhand genommen, dass es massive Auswirkungen auf die Umwelt hatte. Deswegen hat man überlegt, okay, wie kommunizieren wir das jetzt? Was für Schilder stellen wir auf, damit möglichst wenig Menschen künftig versteinertes Holz mit nach Hause nehmen? Dann hat man erst mal geschaut, wenn kein Schild dasteht, was ist sozusagen die Baseline, wie viele Personen nehmen versteinertes Holz mit? Dann hat man ein Schild aufgestellt mit der Bitte, nehmen Sie kein versteinertes Holz aus dem Park mit? Und dann hat man ein Schild aufgestellt mit dem Normsatz. In der Vergangenheit haben viele Personen versteinertes Holz aus dem Park mitgenommen. Dies war ein massiver Eingriff in den Wald. Und aus dem Bauch heraus würde man ja jetzt erwarten, dass bei dem letzten Schild am wenigsten Personen versteinertes Holz mitgenommen haben, weil hier ja sogar explizit draufsteht, es war ein massiver Eingriff in den Wald. Das heißt, hier findet Wissensvermittlung statt. Es wird gesagt, das ist nicht okay, das ist ein Eingriff in die Natur, macht es nicht. Tatsächlich hat sich allerdings gezeigt, wenn kein Schild dastand, haben drei Prozent der Besucher versteinertes Holz mitgenommen. Durch die Bitte, es nicht zu tun, sank die Rate auf zwei Prozent, wohingegen bei dem letzten Schild es auf acht Prozent angestiegen ist. Das heißt, es ist mehr als das Doppelte gestiegen an der Person, die versteinertes Holz mitgenommen haben. Woran liegt es? Es ist zwar hier dieser Wissenssatz dabei, dass es ein massiver Eingriff in den Wald war, aber viel wichtiger ist, dass davor die deskriptive Norm salient gemacht wird. Und zwar, dass viele Personen in der Vergangenheit versteinertes Holz mitgenommen haben. Das heißt, es wird vermittelt, dass diese deskriptive Norm, viele Menschen haben das in der Vergangenheit gemacht, wodurch man selber den Eindruck erhält, naja, dann kann ich es hier auch machen. Es ist zwar unerwünscht und nicht gut für die Umwelt, aber alle anderen machen es ja auch. Das heißt, wenn man bei Interventionen mit sozialen Normen arbeitet, muss man immer darauf aufpassen, wie man sie kommuniziert und was genau man salient macht, ob eben die erwünschte oder unerwünschte Verhaltensweise. Bei Interventionen kann man eben mit sozialen Normen arbeiten, wie ich euch gerade vorgestellt habe, aber eben auch mit Werten. Es gibt vier große Wertegruppen, die in der Umweltpsychologie von besonderer Relevanz sind. Das sind zum einen hedonistische Werte und Personen, die vor allem hedonistische Werteinstellungen vertreten, streben nach der Befriedigung von Genuss oder Sinnlust. Das heißt, sie streben nach einer kurzfristigen Befriedigung dessen, ohne Berücksichtigung der langfristigen Konsequenzen. Dann gibt es noch die egoistischen Werte und Menschen, die vor allem egoistische Werte vertreten, fokussieren vor allem die Kosten und Nutzen einer Handlung, die für sie persönlich relevant sind. Kosten und Nutzen meinen in diesem Zusammenhang sowohl materielle als auch immaterielle Konsequenzen einer Handlung oder einer Entscheidung. Und Personen, die besonders egoistische Werte vertreten, werden nur dann umweltfreundliche Verhaltensweisen zeigen, wenn der für sie persönliche Nutzen die individuellen Kosten übersteigt. Menschen, die vor allem altruistische Werte vertreten, gründen ihre Entscheidungen bezüglich Verhaltensweisen, wie eben auch umweltfreundlichen Verhaltensweisen auf den wahrgenommenen Kosten und Nutzen für die Gemeinschaft und die Gesellschaft. Das heißt, bei ihnen steht immer im Fokus, was hat das für Konsequenzen für die Gruppe, für die Gemeinschaft, je nachdem, wie ich mich verhalte. Wohingegen bei Menschen, die vor allem biosphärische Werte vertreten, die ihre Entscheidungen nach den Kosten und Nutzen des Ökosystems als Ganzes gründen, also was das für Auswirkungen auf die Natur und eben das globale Ökosystem hat. Und die umweltpsychologische Forschung hat herausgefunden, dass Menschen, die vor allem hedonistische und egoistische Werte vertreten, also die beiden oberen, seltener umweltfreundliche Verhaltensweisen zeigen, wohingegen Menschen, die vor allem altruistische und biosphärische Verhaltensweisen zeigen, also die unteren beiden, öfter umweltfreundliche Verhaltensweisen zeigen. Wie kann man sich das jetzt zunutze machen? Man hat es in einer Studie sich nochmal angeschaut, wo man bei Tankstellen Gutscheine für einen kostenlosen Reifencheck ausgelegt hat. Und man hat dann gemessen, wie oft Personen diesen Gutschein mitgenommen und dann tatsächlich auch eingelöst haben. Und einmal lag der Gutschein aus in einer Bedingung vor dem Plakat, wo drauf stand, wollen Sie Geld sparen, überprüfen Sie den Reifendruck Ihres Autos. Und in der anderen Bedingung lagen die Gutscheine vor dem Plakat aus, wo drauf stand, wollen Sie die Umwelt schützen, überprüfen Sie den Reifendruck des Autos. Und Umweltkampagnen versuchen meistens an die wirtschaftlichen Belange zu appellieren, weil sie davon ausgehen, dass Menschen in erster Linie durch die wirtschaftlichen Eigeninteressen motiviert sind. Das heißt, die Umweltkampagnen würden meistens oder vermutlich eher den Satz hernehmen, wollen Sie Geld sparen, weil Sie vermuten, dass Menschen aufgrund ihrer wirtschaftlichen Eigeninteressen eher darauf anspringen, weshalb oft eben diese biosphärischen Belange, an die wir zeltener appelliert. Weil man eben denkt, diese wirtschaftlichen Eigeninteressen seien viel stärker. Tatsächlich hat sich aber gezeigt, dass Personen in dieser biosphärischen Bedingung viel häufiger den Gutschein mitgenommen und eingelöst haben, wohingegen in der wirtschaftlichen Bedingung viel weniger Leute den Gutschein mitgenommen und eingelöst haben. Das kann man dadurch begründen, dass Menschen eben nicht nur dieses wirtschaftliche Eigeninteresse wichtig ist, sondern auch ein positives Bild von sich selbst, also sozusagen ein positives Selbstkonzept zu haben und gegenüber sich selbst und anderen aufrecht zu erhalten. Und so möchten andere Menschen lieber als rücksichtsvoll, grün oder nachhaltig wahrgenommen werden und nicht so gern als geizig oder gierig oder als Schnäppchenjäger. Diese Annahme hat sich bestärkt, indem man danach die Personen gefragt hat, die die Gutscheine dann mitgenommen und eingelöst haben, wie sie sich gefühlt haben. Und hier hat sich gezeigt, dass in der Bedingung der Personen in der biosphärischen Formulierung, also wollen sie die Umwelt schützen, die Personen danach von positiven Emotionen berichtet haben. Das heißt, sie haben gesagt, sie haben sich gut gefühlt, sie dachten, sie tun was Gutes für die Umwelt und ja, war schön. Wohingegen Personen in der Bedingung, wollen sie Geld sparen, eher von negativen Gefühlen berichtet haben, also nicht so 100 Prozent damit wohlgefühlt haben, dass sie diesen Gutschein mitgenommen und eingelöst haben. Man darf generell nicht unterschätzen, was Emotionen für Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung und unser Verhalten haben können. Und zwar ist es eben so, dass negative Emotionen wie Angst, Trauer, Wut oder auch Hilflosigkeit Gedanken und Emotionen auslösen, wie es läuft etwas schief, irgendwas passt hier nicht. Und wenn man in diesem Zustand ist, dann konzentriert man sich viel mehr auf das Problem und hat so einen Problemfokus und ist überhaupt nicht lösungsorientiert. Wohingegen, wenn man positive Emotionen empfindet, wie Freude, Interesse, Stolz oder Dankbarkeit, kommt man in Gedanken rein, wie ist es alles in Ordnung, ist es alles gut? Wodurch man viel offener, flexibler, kreativer und belastbarer ist. Das heißt, die Interventionen zur Förderung von umweltfreundlichen Verhaltensweisen sollten versuchen, diese negativen Emotionen zu reduzieren, weil das eben zu einem Problemfokus und nicht zu einem Lösungsfokus führt. Und vielmehr versuchen, diese positiven Emotionen zu stärken, da dadurch die Menschen offener und flexibler für andere Verhaltensweisen sind. Wie vorhin schon erwähnt, reagieren eben Menschen auf Informationen ganz unterschiedlich und gehen eben auch unterschiedlich mit dieser wahrgenommenen Furcht dieser Emotion um. Und ich habe euch vorhin schon gesagt, dass manche Menschen bei geringer Selbstwirksamkeit versuchen, die Furcht zu reduzieren, indem sie die Bedrohungsquelle leugnen oder der Skeptisch gegenüberstehen. Das sind die sogenannten Klimawandelskeptiker und mit der beschäftigen wir uns in unserer Forschung, über die ich euch nun einen kurzen Überblick geben möchte. Generell ist es ja schon so, dass in den letzten Jahren die ganze Klimawandel-Thematik immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hat und in das Bewusstsein der Menschen gerückt ist. Immer mehr Menschen gehen auf die Straße. Es haben sich soziale Bewegungen wie beispielsweise Fridays for Future oder auch Scientists for Future gegründet. Prominente Persönlichkeiten wie beispielsweise Arnold Schwarzenegger nutzen verschiedene Gelegenheiten wie Preisverleihungen, um diese Thematik immer wieder in den Fokus zu rücken. Aber auch Social-Media-Persönlichkeiten wie die österreichische Influencerin Daria Daria versucht gerade der jungen Generation, Wissen über den Klimawandel zu vermitteln und eben auch umweltfreundliche Handlungsalternativen aufzuzeigen. Und ganz klassisch gibt es natürlich auch Filme oder Dokumentationen, die diese Thematik aufgreifen. Das heißt, auf der einen Seite hat sich in der Vergangenheit, gerade in den letzten Jahren ganz viel getan, wodurch die Klimawandel-Thematik immer mehr Aufmerksamkeit erhalten hat. Auf der anderen Seite gibt es aber auch kritische Stimmen. Ein prominentes Beispiel dafür ist der ehemalige US-Präsident Donald Trump, der ja ganz offen immer wieder den Klimawandel geleugnet hat und zum Beispiel auch stark das Pariser Klimaabkommen und die Maßnahmen, die darin beschlossen wurden, kritisiert und abgelehnt hat. Aber damit steht er eben nicht alleine da. Es gibt heutzutage trotz dieser großen empirischen Evidenz für den Klimawandel immer noch Personen, die dem Ganzen skeptisch gegenüberstehen oder sogar leugnen. Auffällig ist, dass diese Klimawandel-Skeptiker auf dem politischen Spektrum vor allem Mitte-Rechts anzuordnen sind. Also mir ist hier ganz wichtig zu betonen, wenn ich von einer politischen Mitte-Rechts-Orientierung spreche, rede ich nicht nur von dem radikal-rechten Ende. Also es ist nicht so, dass die Klimawandel-Skeptiker nur am rechten radikalen Ende zu finden sind, sondern wenn man sich die politische Spektrum anschaut, eben auf diesem rechten Flügel. Alles, was von der Mitte ausgeht, sozusagen das konservative rechte Ende, hier findet man vor allem die Klimawandel-Skeptiker, aber eben nicht nur in diesem radikalen Ende. Aber jetzt gehen wir erstmal einen Schritt zurück. Was genau ist überhaupt Klimawandel-Skeptizismus? Klimawandel-Skeptizismus beschreibt Skeptizismus bezüglich der Realität des Klimawandels. Das ist sozusagen die stärkste Form, dass man überhaupt nicht daran glaubt oder leugnet, dass es den Klimawandel gibt. Oder Skeptizismus bezüglich dem menschenbedingten Ursprung des Klimawandels, dass man zwar sagt, ja, okay, Klimawandel gibt schon, aber wir Menschen sind dafür nicht verantwortlich. Oder Skeptizismus bezüglich der Folgen des Klimawandels auf die Gesellschaft. Also dass man skeptisch ist, ob der Klimawandel sich tatsächlich auf unser Leben und unsere Gesellschaft auswirkt. Oder Skeptizismus bezüglich der empirischen Evidenz des Klimawandels. Und hier zählt auch Skeptizismus gegenüber den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch dazu. Das heißt, Personen, die auf einer oder alle vier dieser Dimensionen Skeptizismus zeigen, nennt man eben Klimawandel-Skeptiker. Es ist natürlich die Frage, warum findet man eben diese Klimawandel-Skeptiker vor allem in diesem politischen Mitte-Rechts-Spektrum? Dafür gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze. Der erste ist die System Justification Theory. Und diese besagt, dass manche Menschen danach streben, das soziale, ökonomische und politische System ihres Landes zu verteidigen und aufrechtzuerhalten. Und Menschen, die danach streben, stammen meistens aus dem Mitte-Rechts-Populismus. Und im Kontext des Klimawandels bedeutet es das, dass Menschen aus dem Mitte-Rechts-Populismus den Klimawandel als Gefahr für das bestehende System wahrnehmen könnten, weil beispielsweise Klimaschutzmaßnahmen zu einer Veränderung des Status Quo ihres Landes oder ihrer Verhaltensweisen führen könnten. Und folglich reagieren die Menschen darauf mit Klimawandel-Skeptizismus. Denn wenn sie die Bedrohungsquelle, also den Klimawandel leugnen oder eben dem nicht so ganz trauen, skeptisch gegenüberstehen, können sie die dafür ausgehende Gefahr für sich selbst subjektiv reduzieren, indem sie eben sagen, naja, ist ja eh nicht so sicher, ob es überhaupt stimmt. Ein anderer Erklärungsansatz für den Klimawandel-Skeptizismus beschäftigt sich mit den Werten. Und wir Menschen vertreten individuell unterschiedliche Werte und die beeinflussen unsere Wahrnehmung. Man hat herausgefunden, dass manche Menschen eher individualistische Werte vertreten. Also das bedeutet, dass das Eigeninteresse über dem Gruppeninteresse steht. Hierzu gehören Werte wie zum Beispiel die Unabhängigkeit. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die eher egalitäre Werte vertreten. Also beispielsweise für die Gleichberechtigung aller Menschen auf der Welt, die für die Gleichberechtigung aller Menschen auf der Welt sind. Und dazu zählen auch kommunitäre Werte. Die Cultural Cognition Theory fand heraus, dass Klimawandelskeptiker und Personen aus dem politischen Mitte-Rechts-Spektrum eher individualistische Werte vertreten haben oder vertreten, wohingegen Personen, die für mehr Aufmerksamkeit für den Klimawandel sind und sich mit der Klimawandelkommunikation beschäftigen und einsetzen, eher egalitäre Werte vertreten. Folglich zeigte sich aber auch, dass die Klimawandelkommunikation eher egalitäre Werte benutzt, welche nicht mit den Werten der Personen aus dem Mitte-Rechts-Spektrum und Klimawandelskeptiker übereinstimmen. Das heißt, hier kommt es zu einer Diskrepanz, weil eben die Klimawandelkommunikation eher egalitäre Werte benutzt, die nicht von Personen aus dem politischen Mitte-Rechts-Spektrum vertreten werden, nicht übereinstimmen und die sich dadurch natürlich auch nicht durch die egalitär geframte Klimawandelkommunikation angesprochen fühlen. Alle bisher genannten Befunde und Erklärungsansätze wurden fast ausschließlich im angelsächsischen Kontext untersucht und nahezu überhaupt nicht im kontinentaleuropäischen Kontext. Aber wie wir alle wissen, kam es ja auch in den letzten Jahren in Kontinentaleuropa zu einem Anstieg der Personen, die eine politische Mitte-Rechts-Orientierung vertreten haben, weshalb wir es schon noch relevant fanden, herauszufinden, ob das auch einen Einfluss auf die Wahrnehmung und Vertretung von Klimawandelskeptizismus haben kann. Wir haben hierfür eine Studie durchgeführt, in dem wir uns den Klimawandelskeptizismus in Österreich angeschaut haben und haben geschaut, ob eben eine politische Orientierung für Mitte-Rechts zu mehr Klimawandelskeptizismus führt, ob auch dieser Erklärungsansatz der System-Justification-Motivation und der Mitte-Rechts-Werte, also der individualistischen Werte in Österreich vertreten sind und ob das Innehalten von Umweltwerten zu weniger Klimawandelskeptizismus führt. Wie wir sind, wird dabei vorgegangen. Wir haben eine Studie in Österreich erhebt, während März und April 2020 über Lime-Survey, also das ist ein Online-Umfragetool. Hier haben wir zunächst soziodemografische Daten erhoben, sowas wie Alter, Geschlecht, Einkommen, Wohnort etc. und anschließend die politische Orientierung durch Fragebögen und durch einen Slider, bei dem die Probanden, also die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Studie sich selber einordnen konnten, indem sie angegeben haben, ob sie sich selber eher als linksliberal, dann mussten sie den Schieberegler nach Richtung links schieben oder als rechtskonservativ eingeschätzt haben und sie konnten sich sozusagen, es gab nicht nur die beiden Extremen, sondern sie konnten sich dort auf diesem Spektrum frei einordnen, gemäß ihrer politischen Orientierung. Anschließend haben wir die System-Justification-Motivation erhoben, das heißt, inwieweit man daran nach strebt, das soziale und ökonomische Status quo des Landes aufrecht zu erhalten, mit einem entsprechenden Fragebogen. Hier mussten die Probanden auf einer siebenstufigen Skala angeben, inwieweit sie gewissen Aussagen zustimmen oder eben nicht zustimmen, also sowas wie jeder hat eine faire Chance auf Wohlstand und Glück und unsere Gesellschaft wird jeden Tag schlechter etc. Anschließend haben wir die Werte durch drei verschiedene Fragebögen erhoben. Auch hier haben die Personen wieder auf einer siebenstufigen Skala angegeben, wie sehr sie oder wie wichtig für sie bestimmte Werte in ihrem Leben sind oder ob diese Werte gegebenenfalls entgegen ihrer eigenen Prinzipien stehen. Abschließend haben wir noch den Klimawandel-Skeptizismus mit auch dafür passenden Fragebögen erhoben. Auch hier haben die Personen wieder angegeben, inwieweit sie bestimmten Aussagen zustimmen oder eben nicht. Die Aussagen waren beispielsweise, der Klimawandel findet gerade statt oder der Klimawandel ist durch den Menschen verursacht. Das ist jetzt nur eine ganz grobe Zusammenfassung unserer Studie, um einen kurzen Überblick. Was haben wir herausgefunden? Wir haben auch in Österreich den Zusammenhang gefunden, dass eine politische Mitte-Rechts-Orientierung zu mehr Klimawandel-Skeptizismus führt. Also auch in Österreich zeigte sich, dass wenn Personen eine politische Mitte-Rechts-Orientierung vertreten, eher skeptisch gegenüber dem Klimawandel sind. Was wir nicht gefunden haben für Österreich, war den Erklärungsansatz der System-Testification-Motivation, der ja eigentlich besagt hat, je höher die Motivation ist, den Status quo eines Landes aufrechtzuerhalten, desto eher zeigt man auch Klimawandel-Skeptizismus. Diesen Zusammenhang haben wir in Österreich nicht gefunden. Interessant fand ich, dass dieser Zusammenhang in einer Studie, die dieses Jahr in Deutschland durchgeführt wurde, dieser Zusammenhang auch nicht gefunden wurde, weshalb hier fraglich ist, ob die System-Testification-Motivation eventuell nur ein angelsächsischer Erklärungsansatz ist, der nur für diese Länder gilt, oder ob die Fragebögen, die eben auch für den angelsächsischen Raum kreiert wurden, vielleicht im kontinentaleuropäischen Kontext nicht passen. Aber das ist was, wo es noch künftige Forschung benötigt. Was wir allerdings bestätigen konnten, waren, dass Menschen, die Mitte-Rechts-Werte vertreten haben, also eben diese individualistischen Werte auch mehr Klimawandel-Skeptizismus zeigten und dass Personen, die mehr Umweltwerte vertreten haben, also diese biosphärischen Werte, weniger Klimawandel-Skeptizismus gezeigt haben. Zwar jetzt hat alles sehr komplex und sehr viel theoretische Hintergrund. Was ist mir wichtig, was ihr mit nach Hause nehmt? Seid vorsichtig bei der, bei bedrohlichen Klima, anderswo, individuelle, jetzt hier hatte ich einen Fehler bei der Animation. Also mir ist wichtig, dass ihr bei der, dass ihr eine individuelle Klimawandel-Kommunikation durchführt und eben auch immer darüber nachdenkt, an wen ist meine Kommunikation gerichtet? Wer sind die Adressaten meiner Klimawandel-Kommunikation? Wen möchte ich erreichen? Und dann auch immer im Hinterkopf behalten, dass je nach politischer Orientierung die Klimawandel-Kommunikation in ihren geframten Werten angepasst sein muss. Und hier ist es eben auch relevant, dass man sich vielleicht anschaut, wie findet gerade die politische Entwicklung statt? Wie ist gerade der Trend in der Gesellschaft? Mehr eben ins politische Mitte-Rechts-Spektrum oder mehr ins politische Mitte-Links-Spektrum und dementsprechend auch die Klimawandel-Kommunikation anpasst. Außerdem sollte man eben vorsichtig sein bei der Verbreitung von bedrohlichen Klimawandel-Informationen, weil, wie bereits erwähnt, es zu Gefühlen der Ohrmacht oder Hilflosigkeit führen kann und unerwünschte Nebenwirkungen auftreten können, wie beispielsweise symbolische Verhaltensweisen wie der Ethnozentrismus. Wichtig sollte auch sein, dass man immer versucht, die Selbstwirksamkeit zu stärken, also den Menschen das Gefühl zu geben, ihr könnt etwas erreichen, eure Handlungen sind wirksam, ihr könnt etwas tun, indem man eben konkrete Handlungen aufzeigt und eben auch aufzeigt, was die Handlungen auch für einen Einfluss auf die Umwelt und die Umgebung haben können. Außerdem kann es eine Möglichkeit sein, soziale Normen zu kommunizieren. Wichtig, man sollte das nur nehmen oder es ist nur sinnvoll, das gezeigte, gewünschte Verhalten als soziale Norm zu kommunizieren und eben nicht das unerwünschte Verhalten, weil es ansonsten zu solchen Effekten wie in dem Nationalpark mit dem versteinerten Holz kommen kann. Außerdem sollte man versuchen, die Umweltwerte zu stärken, weil das sich gezeigt hat, dass es zu einem umweltfreundlichen Selbstbild aktiviert werden kann und umweltfreundliche Verhaltensweisen betont. Außerdem sollte man sich vielmehr darauf fokussieren, Möglichkeiten und Chancen aufzuzeigen, indem man eben versucht, positive Emotionen anzusprechen, also eben nicht immer nur dieser Problemfokus, wie dringlich und schlecht und schlimm alles ist, sondern auch aufzuzeigen, was können wir tun, was für Möglichkeiten gibt es, welche Chancen haben wir, um so möglichst positive Emotionen bei den Menschen zu kreieren. Und wichtig ist auch, dass wenn wir um umweltfreundliche Verhaltensweisen sprechen oder eben einen umweltfreundlichen Lebensstil, dass wir hier die positiven Konsequenzen betonen. Also, dass es nicht nur um Verzicht oder Einschränkung oder Veränderung geht, sondern dass es eben auch mit positiven Konsequenzen einhergehen kann und Spaß machen kann und man dabei positive Emotionen empfinden kann. Das ist meine Take-Home-Message, die ich euch mitgeben möchte und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und dass ich heute hier sein durfte. Bin gespannt auf die Fragen, die es jetzt schon gibt, aber wie gesagt, ihr könnt mich ansonsten auch gerne kontaktieren. Meine Daten stehen hier. Dankeschön. So, jetzt müsste ich eigentlich wieder auch hörbar sein. Ja, ich höre dich. Genau, ich weiß bloß nicht, ob man das irgendwie jetzt doppelt. Ich muss mal vielleicht noch was umstellen hier. Eigentlich müsste es gehen. Also irgendjemand meinte vorhin, man hört dich doppelt, wenn ich mein Mikro anhabe. Vielleicht hilft das jetzt, weiß ich nicht genau. Okay, dann schauen wir mal, wie wir es jetzt einstellen. Vielleicht das? Ich glaube, das geht. So, dann müssen wir schauen, wie... Achso, die Fragen sind hier. Moment, wie machen wir das jetzt am besten? Gibt es öffentliche Fragen? Es gibt öffentliche Fragen, oder? Nicht? Es gibt eine Frage bezüglich der Studien, aber die können wir nachher auch... Also, wo wurden die veröffentlicht? Aber das wäre dann eh eine konkrete Frage. Das müssen wir dann vielleicht konkret machen. Dann, ähm... Ah, der Helvin fragt. Moment, dann müssen wir schauen, die Kamera noch ein bisschen ausrichten. Aber wir, genau, dann würde ich sagen, wir beenden den Livestream. Vielen Dank für den Vortrag. Und wir sind wieder in der internen Diskussionsrunde und freuen uns, wenn noch Leute dazukommen. Vielen Dank. Vielen Dank.